ladies and gentlemen hallo und herzlich willkommen zu einer ich sage mal special folge oder eigentlich zu einem neuen projekt bei prison architekt in diesem klitzeklein projekt habe ich beschlossen wir machen mal einen knast das habe ich auch schon in einer in einer folge des normalen let's plays von prison architekt angesprochen dass ich vielleicht mal die vorstelle ob wir mal einen knast machen der schlichtweg nur der quasi sehr viel gecheatet ist und zwar nicht gecheatet im sinne von durch modifikationen sondern gecheatet im sinne von durch wir editieren die speicherdatei des spiels und zwar habe ich allerdings auch angekündigt in diesen in einer folge dass man beispielsweise man kann die elektrik die elektrik ausschalten man kann das wasser ausschalten da musste ich kurz was nachdenken verdammt man kann wasser ausschalten man kann essen ausschalten aber ich habe auch gesagt man kann misskontakt ausschalten das heißt aufstände ausschalten oder morde und sonst was begrenzt also es gibt die möglichkeit das tatsächlich zu tun es gibt die möglichkeit einen punkt namens enable misskontakt auszuschalten das problem ist schlichtweg nachdem ihr das spiel gespeichert habt und dann wieder neu ladet ist dieser punkt in den einstellungen weg also wirklich weg ich habe keine ahnung woran das liegt ich habe keine ahnung warum das so ist aber es gibt diesen punkt nach dem speichern des spiels nicht mehr was nervig ist was heißen würde man müsste einen kompletten knast der immer funktioniert tatsächlich eine einmal am stück bauen und stück in betrieb haben ohne den jemals zwischendurch speichern zu dürfen oder beziehungsweise ohne jemals den rechner auszumachen oder das spiel zu schließen oder was weiß ich und je nachdem wie groß das organisiert werden würde würde das in den bereich des nicht effizient machbaren abwandern aus diesem grund den punkt in able also disable misskontakt sozusagen also verbiete aufstände den können wir leider nicht editieren das tut mir wahnsinnig leid das bringt nichts weil wenn wir das knast nicht speichern können haben wir nichts von deswegen würde ich den vorschlag machen machen wir alles andere und was aufstände angeht hält das wenigstens noch ein bisschen spannend weil die dieben gefangenen ja immer noch ausbrechen können oder aufstände machen können oder was weiß ich gut in diesem fall werde ich euch jetzt in erster linie in dieser ersten folge sozusagen eigentlich nur zeigen wie man das macht also vielleicht wenn wir auch am ende der folge noch was auf die kette kriegen erster linie wenn ich euch jetzt für alle die das nicht wissen oder die spieler die das spiel auch selber haben und sich vielleicht mal dachten okay ich möchte mal wissen wie das geht in dem sinne denn die meisten sachen oder das meiste was ich gefunden habe zu diesem punkt hier wasser nicht mehr benötigen oder sonst was es gibt es nur der prison architect wiki auf englisch wer sich da überhaupt nicht auskennt und mit google übersetzer auch nichts anfangen kann weil der nur scheiße ausspuckt dann könnte das hier vielleicht eventuell etwas helfen zunächst einmal erstellen wir jetzt erstmal ein neues gefängnis das machen wir gerne mal auf groß und diesen nebel machen wir aus anhaltslieferung machen wir aus wälder machen wir auch aus und niederlangen über das kapital lassen wir allerdings da auch weg na klar wollen wir nicht wir gehen mal auf spielen und dann sind wir hier an einem dieser wunderschönen orte warum auch immer das ja brav ich mag es wenn das fest hängt ist das schön ja und zwar haben wir dann wieder unseren kleinen knast wir haben einfach nur eine freie fläche in der nichts drin ist außer vielleicht räume abfall und lieferung da oben kommt unsere ersten mitarbeiter in einem kleinen lkw an wir haben 30.000 dollar zur verfügung wir haben tag 1 machen plus ließ den brief des ceos den löschen wir direkt mal wieder den braucht kein mensch und wir haben acht neue insassen in 23 stunden 56 minuten erwartet das ist quasi standard nur so startet man ja standardmäßig ein spiel wenn man jetzt nicht gerade ein knast verkauft hat und da oben mehr geld stehen hat dann ist das ja so standardmäßig der anfang allen übels so jetzt machen wir allerdings das schönste nämlich speichern wir dieses gefängnis in erster linie und zwar nennen wir das jetzt meinetwegen mal wir nennen das ganze jetzt einfach mal schied damit ihr wisst welchen dass ich meine ich habe ja so viele unfassbar viele speicherstände dann ich habe zu besseren übersicht ich habe sehr sehr viele private speicherstände ich habe die aus dem ordner heraus kopiert auf desktop geschmissen und dann hier den ordner frei zu machen denn ansonsten damit ihr genau wisst was ich meine und damit das hier übersichtlicher ist des weiteren haben wir ein auto safe prison und diesen zwei ist unser let's play knast sage ich jetzt mal um auf den entsprechenden ordner darauf zu kommen wo die safe datei dieses spielstandes klicken wir einfach hier unten drauf dass ich jetzt nämlich erstmal aufmachen muss verdammt dann zeige ich das jetzt erstmal nochmal also hier die png dateien jucken uns nicht sondern nur diese text dateien diese prüsen dateien so worauf ich hinaus wollte wir haben jetzt diesen wunderschönen cheat bildschirm diesen wunderschönen der heißt jetzt cheat bildschirm weil das mit editor geöffnet ist und das eigentlich lediglich der name unseres gefängnisses ist wir haben hier also quasi unsere komplette speicherdatei wir haben einmal ganz viele unterschiedliche punkte wie beispielsweise die version mit der wir spielen wie beispielsweise namens x und namens y und was weiß ich und origin und schlagmethode time index beispielsweise ist wieviel uhr wir im moment in game haben time warp faktor mit wieviel zeit wir aktuell warp faktor vorspulen und so weiter und so fort ist denke ich klar seconds plate 8 im moment so viele sekunden haben wir gespielt wir haben tag 1 des weiteren kommt jetzt hier die ersten wichtigen punkte wir haben enable electricity also erlaube elektrizität diesen punkt könnten wir jetzt erst mal oder werden wir auch einfach auf fortsetzen das ist nämlich einfach der punkt dass wenn wir einen knast haben ein gebäude bauen beispielsweise der lampen drin oder ein herd oder was weiß ich was immer strom braucht wenn wir diesen punkt auf fortsetzen dann können wir zwar immer noch generatoren bauen und stromkabel legen aber wir haben wir haben nicht mehr das den bedarf nach strom das heißt wenn ich jetzt gleich in unserem kleinen knast der da den ich gleich wieder aufrufen werde nachdem wir das hier fertig editiert haben eine lampe ein haus ein gebäude baue und dort lampen platziert werden dann werden die leuchten ohne dass wir dafür strom benötigen so das ist dieser punkt enable water ist das gleiche für wasser das ist nämlich quasi dass die toiletten kein wasser brauchen und was weiß ich nicht was enable food das lassen wir enabled auf true also auf ja wahr im wahrsten sinne des wortes weil wenn wir essen verbieten dann kaufen wir kein essen ein und die köche verarbeiten auch kein essen aber das bedürfnis nach essen also dass die gefangenen essen haben wollen das verschwindet nicht also das heißt wir programmieren damit quasi schon aufstand dann kommen wir zu diesem wunderschönen punkt enable misconduct den könnten wir jetzt theoretisch auch falsch falsch setzen also für alle die wissen was misconduct ist das ist quasi aufstand oder dass die gegen die regeln des gefängnisses verstoßen wenn wir das jetzt auf fault setzen dann funktioniert das so lange wie wir den knast nicht abspeichern wenn wir den knast einmal abspeichern auch egal ob unter neuem namen oder unter autosave oder was weiß ich diese dieser punkt hier dieser komplette punkt hier ist einfach weg hinterher steuerung deswegen lassen wir das einfach auf true weil es bringt eh nichts so das weitere was dann kommt ist enable decay okay das heißt nichts anderes außer zerfall also decay zerfall zerfallen was weiß ich so viel englisch true das heißt nichts anderes außer dass der knast dreckig wird dass der knast äh na eigentlich dreckig wird beschreibt ganz gut das lassen wir eigentlich am besten auch einfach mal auf true weil warum nicht dann haben wir den nächsten punkt generate forests das ist einfach nur dass der wieder bäume generiert was wir am anfang auch schon auswählen konnten mit einem häkchen ähm das heißt wenn wir jetzt im nachhinein sagen okay ich möchte allerdings doch noch dass überall bäume platziert werden dann setzen wir es einfach auf true und wir haben wieder holz ohne ende und damit geld ohne ende na das sind so quasi die ersten äh wichtigen punkte hier unten beispielsweise steht auch ceo letter read das haben wir ja oben gemacht da steht jetzt normalerweise false wenn man den oben noch nicht gelöscht hat jetzt steht der true weil er halt eben weg ist dann kommen wir zum punkt intake num prisoners morgen werden 8 ich hoffe man sieht das vielleicht noch so ein bisschen im hintergrund 8 neue gefangene erwartet ähm wenn wir diese zahl jetzt editieren dann wird zum nächsten tag festgelegt ist ich schreibe da jetzt einfach eine 200 in damit es auffällt äh einfach eine andere zahl also die hier eingegebene zahl angefangenen ankommen nämlich 200 das werden wir nicht machen am nächsten tag 200 weil ich das ausschalten werde im spiel eben wieder also die anlieferung von gefangenen ausschalten werde aber so würden theoretisch morgen 200 neue gefangene ankommen als nächstes folgt im spiel eigentlich das was so schön ist begin cells heißt das ganze und begin null was interessiert uns eigentlich ein scheiß denn hier steht nichts anderes außer hier steht beispielsweise matt paving stone an diesen koordinaten und an diesem punkt und an diesem punkt ende und begin das und fertig ist das ist nichts anderes außer dass der hier im hintergrund na verdammt hier sieht man es ja noch ein bisschen quasi er schreibt hier nichts anderes außer matt paving stone das heißt hier hat er die straße also die straßen den bürgersteig gebaut äh wenn wir das jetzt hier weiter runter scrollen steht da hier concrete paving stone was weiß ich äh runter wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen ähm bla 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 also im endeffekt der hat die straße gebaut der hat der sagt da habe ich erde hingesetzt da habe ich erde da habe ich gras hingesetzt und was weiß ich interessiert uns nicht vollbild interessiert uns eigentlich alles im prinzip eine scheiß weil das ist tatsächlich komplett unwichtig ist hier steht auch mad concrete teils und so weiter und so fort und dann kommen wir jetzt hier unten oder nicht ganz hier unten kommen wir jetzt zu einem punkt der vielleicht noch interessant ist nämlich zum beginn finance und zwar zu der balance hier steht unser aktueller kontostand mit cent angabe die immer auf 0 0 stehen bleibt weil das spiel ja sowieso in game gar keine sense benutzt warum auch immer der punkt dann da ist ich weiß es nicht ähm diesen punkt könnten wir jetzt beispielsweise editieren indem wir sagen was kriegt man denn so für einen für einen verkauf wir gehen jetzt einfach mal davon auf wir haben ein knast verkauft wir haben 500.000 dollar dafür gekriegt so punkt das ist unser unser punkt das ist jetzt unser bankguthaben wenn wir das hier speichern und den knast dann nochmal neu laden so des weiteren gibt es hier wundervoll eine beginn order hier steht jetzt alles was wir angeliefert kriegen am anfang des knastes so ihr kennt ja wenn die für alle die das spiel kennen oder die let's play geguckt haben davon ähm was wir so am anfang die liefert kriegen diese drei vier lkws 20 elektrikkabel eine wasserstation 20 große wasserrohren und so weiter und so fort das alles kriegen wir sowieso am anfang geliefert dann steht hier alles mögliche beginn research beispielsweise das ist ein punkt der sagt die erforschung ähm worden maintenance was weiß ich alles mögliche was erforschen werden kann dann kommen wir hier unten zu noch bla 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 das ist eigentlich auch alles relativ egal dann kommen wir jetzt hier unten zu diesem wunderschönen punkt beginn misskontakt also beginn aufstände im normalfall wenn jetzt aufstände waren äh ist hier im prinzip ne hier steht dann alles mögliche steht dann bla 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 was weiß ich an aufständen ne neeein so ähm da steht jetzt im moment noch nichts wir haben den knast hier neu eingefangen das heißt wenn wir hinterher unsere ähm unsere gefängniswertung gefängniswertung wenn wir unseren cheat knast mal verkaufen würden ähm unsere gefängniswertung quasi da steht beispielsweise wir hatten fünf ausbrüche wir hatten zwölf morde das schlägt ja alles auf die auf den preis beispielsweise und auch auf die bewertung des knastes den wir ja hier oben auch aufrufen können ähm ähm wenn wir das weg haben wollen deleten wir einfach alles und haben diesen ursprungs wieder ursprungszustand wieder so rum ähm beginn policy also quasi die einstellung was kriegt welcher gefangene wenn er was macht beispielsweise hier äh was weiß ich für einen mord kriegt er äh solitary soviel stunden und die zelle wird durchsucht und durchsucht den gefangenen und was weiß ich ähm ansonsten kommt hier noch ein punkt den ich sehr 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 interessant finde nämlich beginn tunnels dieser datei können wir nachgucken lastig time wann wieviel tunnel wurden zuletzt also wieviel zeit wurde zuletzt im bau von tunneln investiert von gefangenen und auch den punkt delay until next tunnel wann wird der nächste tunnelbau beginnen oder wann bricht der nächste aus so nach dem motto ähm das heißt immer wenn man so nach dem motto sich denkt verdammt ich habe das gefühl da ist ein tunnel aber die finden immer nicht so dummwerter dann äh kann man beispielsweise diese text datei aufsuchen mit steuerung f einfach nach diesem tunnel einfach tunnel eingeben und so weiter und so fort und dann kommt man hier unten an den punkt und fertig ist und kriegt man diesen dings hier angezeigt können wir eigentlich mal machen und schickt einfach mal tunnel rein und ja weil das hier in einem wort drin setzen ist halt editor mit numpad plus plus jetzt gekraft und so klappt geht und so weiter und so fort egal auf jeden fall kommt man dann hier unten hin und dann sieht man wieviel zeit noch verbleibt das sind aber keine angaben in sekunden sondern in komplizierten formen bis man das verstanden hat ich hab's noch nicht ist mir auch relativ egal weil ich einfach nicht rein gucke nur als tipp das geht beispielsweise so und das ist im großen und ganzen eigentlich das was man so am interessanten hier an dieser text datei editieren kann jetzt werden wir das ganze einfach noch speichern und dann sind wir wieder auf unserem klitzeklein wupp ich mach mal die tastliste weg sind wir wieder auf unserem klitzeklein knast und jetzt laden wir die cheat prison datei einfach und wir sehen schon wir haben 500.000 dollar wir haben 200 neue insassen die kommen würden und das mit der electricity und so weiter und so fort wenn wir alles sehen punkt so seit wann ist versorgung denn bitte forschung freischalten egal also das quasi jetzt unser gecheateter knast bestand wenn man das so haben möchte und dementsprechend warum backt das jetzt hier bitte rum dankeschön und dementsprechend würden wir mit diesem knast jetzt anfangen zu spielen wir könnten uns theoretisch geld cheaten wir können hier was weiß ich wir bauen auf jeden fall einen knast der kein wasser und kein strom braucht trotzdem aufstände hat um es ein bisschen spannend zu halten und weil es nicht anders geht im moment soweit ich das informiert soweit ich informiert bin zumindest und wir bauen einen knast der möglichst gut aussieht außerdem muss ich mal eben unter optionen und bevor ich das vergesse der spiel diesen dämlichen punkt mal eben wieder zurücksetzen auf keine ahnung 20 minuten das ist übrigens auch so ein punkt automatisch speichern nach wenn ihr jetzt auf anwenden klickt übernimmt er das nicht also ihr müsst erst die zahl eingeben enter drücken und dann auf anwenden dann übernimmt er das auch auch so ein kleiner punkt ansonsten würde ich sagen können wir in dieser folge sogar noch weil wir haben ja noch nicht so viel zeit verbraucht in dieser folge damit beginnen einmal eigentlich erst verlieben hier mal die gefangenen auszuschalten einmal damit zu beginnen unseren knast zu planen und zum anderen mal eben ein kleines gebäude zu bauen um zu zeigen was ich damit meine also das auch tatsächlich funktioniert sozusagen können wir uns ja gerne mal einfach angucken wir planen jetzt erst mal ich sage mal wir machen bis 65 in die richtung und von da unten bitte auch mal 65 63 63 45 65 da hoch genau räume lieferung weg das ist übrigens auch so eine so eine neuerung der alpha 29 soweit ich das weiß seit der alpha 29 wenn man jetzt hier ein ein lieferung klotz stehen hat so beispielsweise dann wird ja immer der lkw entladen der hier direkt an lieferungen dran steht je nachdem wie lange man lieferungen hier hoch macht wenn jetzt ein lkw hier vorne steht so hier gehen wir auf planung wir machen hier einrichtung machen wir machen wenn so ein lkw hier steht dann wird er ja von allen mitarbeitern die zur verfügung stehen und dem lastwagen fahrer im bedarfsfall auch entladen wenn der lkw jetzt aber hier steht weil er im stau dahinter steht wird er bei einem die leber beim lieferumfang von tschuldigung wieder in einem anderen wenn jetzt hier dieser delivery mission so groß ist dann wird nur der entladen seit dieser alpha vision wenn der so groß ist oder größer wird der lkw hier von dem fahrer auch entladen ich hoffe man konnte halbwegs verstehen was ich versucht habe zu erzählen Jetzt habe ich hier dummerweise die wand auch immer wieder ein stück mit genommen gibt mir 65 alter verdammt davon viel weg genau Das finde ich persönlich sehr sehr praktisch wenn man lieferung zyklus denn also wenn man sehr oft was geliefert kriegt ist das sehr sehr praktisch muss ich ganz ehrlich zugeben oder ganz ehrlich sagen nicht zu geben ich gebe doch nichts zu man sucht doch nicht würde sagen liebe mitarbeiter kommt an zack springt mal raus zack alles abladen alles abladen alles abladen der stand leider nicht lang genug im stau sonst könnten wir das jetzt hätten wir das jetzt sehen können zack und raus gut wir haben jetzt hier unseren kleinen standard start wir haben zwar ein bisschen mehr geld als sonst und jetzt würde ich vorschlag machen wir bauen erst mal nur just for fun ebenso ein gebäude hierhin das gar keinen sinn hat ich baue das jetzt einfach nur mal ganz schnell eben leute gibt mir ein gebäude bitte möchte nur mal eben zeigen was ich meine mit electricity disablen wir warten jetzt jetzt baut er eine lampe da rein die mal eben noch installiert werden muss die normalerweise jetzt mit diesem gelben blitz leuchten würde also im elektro elektrizität zeichen schwierige wörter heute nacht zwei uhr nachts tschuldigung für die aufnahme müsste normalerweise blinken tut's nicht es leuchtet so das meinte ich damit für alle die das jetzt mal live sehen wollten hier reißt die scheiße bitte wieder ab braucht der mensch also im moment zumindest noch nicht und nicht an dieser position schon haben wir müll produziert sind finde ich toll wir sind so umweltbewusst glaube es gibt sogar einen recycling mod den habe ich mir nicht mehr angeguckt wir können in diesem spiel stand hier übrigens auch gerne mit mods spielen wenn irgendwer vorstärke hat welcher mod gerade wundervoll toll ist und den ich unbedingt mal ausprobieren sollte und wenn es ein grafik mod ist oder ob es ein spiel verändernder mod ist ist mir relativ egal können wir in diesem speicher stand gerne mal machen gut ansonsten würde ich vorschlagen wir fangen in dieser folge noch mit damit die ja eigentlich größtenteils aus erklärungen besteht bestand bis jetzt am besten damit an dass ich mal hier gucke wo lieferung zu ende ist die lieferung ist da zu ende dass wir hier wisst ihr was wir können es wir bauen hier jetzt einfach direkt schon mal einen hochsicherheitstakt i'm sorry aber das kostet uns jetzt mal gerade ganz kurz ein vermögen und es wird auch ein wenig zeit in anspruch nehmen wie wir mit planung verbringen können in der zwischenzeit so ich mir das gerade gedacht und wenn das dann immer noch nicht fertig ist dann könnte ich das raus oder macht dann zeitraffer hin who cares können wir gerne so machen personal wir können ein paar weitere leute anstellen haben wir 19 mitarbeiter die lieben mitarbeiterchen hier bauen jetzt unseren kleinen knast auf und das heißt in der zwischenzeit wollen wir mit planung anfangen die besteht darin dass ich weiß hier werden wir die sicherheitswahl her bauen dann hätte ich ganz gerne dass hier zwei reihen platz sind und dann wieder ein sicherheitswahl kommt also ihr seht schon ich baue hier heute mal auf sehr sicher weil wir das geld einfach dazu haben dann hätte ich gerne eine weitere runde nur dings und dann kommt weg ein zaun zack zack also so ist so ist der plan dass wir bauen werden das heißt wir werden hier einfach irgendwas mit weg auslegen dann kommt hier noch mal so ein sicherheitswahl und dann kommt hier noch mal weg und dann kommt noch mal zauern und dann kommt noch mal weg zwei breit und fertig ist so sieht der plan aus dass wir unseren knast hier möglichst optimal sichern warum bauen die denn hier nichts ach so die bauen also das ist quasi so mein verzweifelter versuch hier gerade sicherheit hinzukriegen zack 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 da baut ihr bitte auch noch hin passt passt gut dann können wir eigentlich anfangen hier den auch schon sagen hier muss ein sicherheitswahl runter gebaut werden schafft das bin doch optimistisch noch mal nur so und auch ab hier bitte einmal zack zack bis darunter das kostet uns jetzt quasi schon alles was für uns brav an so ehrlich an geld erschütet haben aber das ist so für mich persönlich gerade die grundvoraussetzung diesen knast anzufangen einfach ein gewisses sicherheitspensum zu bauen das ist so wenn ich so privaten knast baue fange ich nicht so an außer ich habe das entsprechende geld dafür das ist so meine art immer das gefängnis grund grundsätzlich zu sichern außerdem finde ich persönlich diese art der gefängnissicherung realistischer sofern man in diesem spiel davon spricht sprechen kann grafisch natürlich nicht aber ihr wisst hoffentlich was ich meine in einem normalen knast hat man ja auch nicht einfach nur so ein stück zaun oder einen so einen wall sondern hatten normalfalls mehrere sicherheitsstufen das heißt ich baue den knast jetzt auch tatsächlich wie so eine umgekehrte festung einmal hier den zaun dann kommt ein sicherheitswahl dann kommt wieder freifläche und dann kommt noch mal sicherheitswahl so quasi als als hochsicherheits was weiß ich ich hoffe man versteht was ich sagen möchte ansonsten können wir eigentlich theoretisch gerade nichts machen weil wir warten müssen bis sie fertig werden wir können allerdings hier oben schon mal anfangen zu planen und zwar möchte ich diesen knast jetzt nicht nur möglichst effektiv bauen sondern auch möglichst schön so mein ansporn jetzt gewesen wenn wir schon anfangen zu cheaten dann bitte auch schön ich weiß man könnte den knast jetzt mit cheats unendlich groß machen das problem ist einfach nur das verträgt die alpha version dieses spiels dummerweise noch nicht so wirklich also ich habe das schon so dass je nachdem wie viel ich hier expandiere irgendwann das spiel anfängt nur noch zu ruckeln oder nicht mehr so viel hinterher kommt vor allem die größe der expansion ist eigentlich relativ egal oder wie viele gebäude im größten problem stellt eigentlich die anzahl der personen da die also sich bewegende objekte das schafft das nette spiel im moment noch nicht so wirklich auch wenn es dieses jahr vermutlich oder es angekündigt ist dass es dieses jahr als vollversion endgültig rauskommen soll ich hoffe da tut sie noch was an performance vor allen dingen also dass man auch mal so einen richtigen mega knast bauen kann das ist so meine meine hoffnung die gibt es im steam workshop schon aber wenn man sie dann lädt kann es schon mal sein dass der knast dann kaum noch hinterher kommt oder es sind einfach keine gefangenen drin oder was weiß ich so wo war ich ach ja ich wollte planen und zwar möchte ich von diesem 31x12 Muster was wir in unserem in unserem let's play schon haben unserem ehrlichen let's play schon haben ähm auch ja lieber gewisser kommentarschreiber in diesem ähm in diesem modus werde ich definitiv immer über ein gewisses geldminimum verfügen ja hier wird sie nicht beschwert haha nein ähm ich möchte von diesem 31x12 Muster eigentlich ein bisschen weg kommen ich persönlich finde das zwar ganz cool aber äh ich finde es auch ein wenig langweilig auf Dauer wenn man es nur so baut ja wir haben in unserem haupt let's play diesen diesen knast schon mit diesen 31x12 Blöcken gebaut ähm wir müssen das jetzt hier nicht auch noch machen finde ich persönlich allerdings möchte ich den knast natürlich auch möglichst schön haben das heißt ähm wie baue ich das jetzt hier am effektivsten oder am effizientesten ich mache in dieser Folge sowieso nur noch wir haben eh schon fast eine halbe stunde voll äh nur noch ein bisschen Planung und mache euch einen Vorschlag wie das aussehen könnte wenn ihr der Meinung seid das passt nicht dann schreibt mir das ich werde es ändern schließlich äh tun wir das hier gemeinsam aufbauen und nicht ich alleine habt ihr hier mal mittlerweile was gebaut ja habt ihr brav brav ihr lieben Sklaven äh Mitarbeiter haben ja keine Gewerkschaftsrechte ich kann mit denen machen was ich will so meine Güte wie bauen das ganze fängt schon an mit wie bauen wir den knast bauen wir ihn also bauen wir die zellen wir haben ja mittlerweile immer nach dem Muster gearbeitet zelle 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 mit außenwand eine zelle hat eine außenwand man könnte natürlich auch bauen machen wir jetzt hier mal so testweise mal zum zeigen zelle hat hier ist dann der eingang zelle hat keine außenwand dann ist hier wieder der eingang weg und zu geht's das geht nach äh optional natürlich auch dass man das so baut ist für mich persönlich eine gewisse form der platzverschwendung weil man zwei wege braucht aber äh ist natürlich auch eine form der äh gefangenen unterbringung ähm des weiteren fände ich persönlich nur mal so ein vorschlag als designelement ich persönlich fände es wundervoll wenn wir einen knast bauen würden ja ich mache jetzt nur ganz grob mal eben ne nicht wundern der quasi nach diesem Muster aufgebaut ist also diese Dingsform hat und da drin meinetwegen nochmal so ein Kreis das finde ich persönlich als äh als knast relativ schön weil ich irgendwie keine ahnung sieht zwar mehr aus dann wie ein schloss aber es soll ja schön aussehen nicht wahr das ist so meine meine idee gewesen wie man so ein knast auch bauen könnte ey die kommen ja echt vorne ich bin beeindruckt beeindruckt doof wenn die immer so langsam über die Mauern drüber gehen ähm ob wir das so machen dann müssten wir das so planen hm sagen wir mal wir machen das sagen wir mal wir machen das jetzt erstmal so dass wir außen rum tatsächlich noch einen kompletten oh fightless grüßen einen kompletten äh oder die Uhrzeit ich weiß es nicht wir haben übrigens gerade 2 Uhr nachts hm hab ich schon mal erwähnt ich weiß es nicht ähm dass wir sagen okay wir bauen diese Zellenformationen na na meinetwegen mit hier nochmal Zelle dran oder nicht oder doch oder nicht oder doch oder nicht oder noch ich weiß es nicht wir könnten theoretisch ja sogar hier schon Zellen wieder dran bauen so dass das hier wieder ein Zellenblock wäre und hier in der Mitte wäre wieder Weg Machen wir das so können wir das so machen ich weiß es nicht liebe Leute ich probiere jetzt ein wenig aus ich mache auch sehr viele Backups glaube ich von dieser Speicherdatei also werde ich Notbedrohungen machen müssen sodass ich sage okay das hier könnte man doch als Knastvorbild nehmen so hätten wir diese einmal diese Außenrundform und könnten dort immer mal wieder nach einer gewissen Anzahl von Zellen ich meine meinetwegen so 3,4,5,6,7,8,9,10 so das sind hier dann 40 Gefangene in einem solchen Block meint ihr meinetwegen ich plane hier gerade effektiv ja habt ihr mal hier unten fertig fauler Haufen meine Güte ähm das heißt wir hätten jetzt das so und das so als Zellenblock dann könnten wir theoretisch machen wir hier gerade so ein bisschen so dann könnten wir theoretisch hier einen einen gesonderten Trakt also ein Gebäude im Gebäude ist das ja so zu sagen auch nochmal ein Stück weit sicher dann könnten wir hier so ein Trakt Essen hin machen und Kantine und so weiter und so fort dann klatschen wir diesen Trakt 20 mal 31 hat auch wieder die 31 ich weiß aber es ergibt sich einfach wieder dahin und mit in der Mitte frei bitte und da kommt da so ein Ding hin und da so ein Ding hin versuche mir das gerade bildlich ein bisschen besser vorzustellen hätten wir hier unser Essen drin oder wobei wir könnten hier theoretisch sonstiges reintun sag ich jetzt mal sonstiges in Anführungszeichen und könnten dafür hier an der Innenseite äh Küche und was weiß ich hinsetzen wenn ihr mit dem Design halbwegs einverstanden seid dann würde ich den Vorstand machen machen wir das so weil ich persönlich finde das ganz schön wenn wir den Knast so aufbauen würden und äh außerdem kann man den dann oh hab ich noch nicht erfahren dass man mit Q und E ranzoomen und Fake zoomen kann poge immer in diesem Spiel ey meine Fresse so stelle ich mir den eventuell vor wenn ihr der Meinung seid das geht klar dann ähm ich rede und baue in der Zwischenzeit hier eine weitere Sicherheit dann ähm sagt nichts meinetwegen oder könnt ihr auch schreiben dass ihr da toll findet das meine ich relativ ihr müsst halt nur schreiben wenn ihr der Meinung seid ne das geht gar nicht das sieht voll scheiße aus das verbieten wir dir dann äh habt ihr gerne das Recht mir das dementsprechend zu verbieten weil ich mich da wie gesagt vollkommen äh dem anpasse was ihr da gerne sehen würdet also ich hab hier grad den Vorschlag ich glaube Versailles ist auch so aufgebaut von der Form her das Schloss sollte jeder mal im Geschichtsunterricht gehört haben das heißt das kennt vielleicht jeder bildlich ähm hier natürlich nicht ne gut ähm das wäre so mein mein Vorschlag sozusagen wie man das machen könnte wenn euch der gefällt dann äh ist in Ordnung wenn nicht schreit bitte lauthals bitte nicht vorm Rechner sitzen und schreien das bringt nichts äh wenn dann bitte beschreibt technisch schreien das höre ich dann auch ja das will so und dann machen wir hier noch den Zaun give me Zaun ein bisschen was wir davon deliten müssen kann ich nicht ändern auf jeden Fall sehr aufwendig diesen Knast so zu sichern noch weiter bauen ja und ja nein ja 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 so meine Güte haben wir das auch geschafft ach ne da muss ja jetzt noch die Steinplatten ach bis zum bis zum nächsten Mal cheate ich mir dann übrigens nochmal ein wenig Geld I'm sorry aber es soll ja ein ein möglichst schöner Knast werden ein möglichst äh funktionierender Knast werden ich werde auch am Anfang noch keine Gefangenen ähm ähm in den Knast reinlassen oder doch tue ich weiß ich nicht muss noch überlegen event also es gibt hier zwei Optionen entweder ich tue am Anfang keine Gefangenen rein und baue drauf los und setze sie vor fertige Tatsachen oder ich lasse die Gefangenen quasi an der Entstehung des Knastes mitwirken im Sinne von ich baue jetzt erstmal ein so ein Gebäudetrakt meinetwegen mache ich hier schon ein Ende und sage okay bauen hier Küche hin und sonst was und Kantine wenn das so funktioniert sehr gut wenn es so nicht funktioniert haben wir immer noch die Möglichkeit das zu ändern wäre gut im Sinne der Baumaßnahme aber sowas äh stelle ich mir eventuell darunter vor jetzt können wir hier oben die Planung eigentlich wobei dann leisen wir hier vermutlich 90% unserer Planung mit ab so können wir eigentlich mal eben hier die Wände also nicht wundern das wird nicht so aussehen mit einem Rundgang sondern das würde dann hier weiter gehen das Gebäude aber das hier sozusagen so als Vorschlag wie man äh ein Knast bauen könnte und der vielleicht optisch ansprechend aussieht weiß ich ja nicht Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden ansonsten sage ich jetzt so langsam aber sicher vielen lieben Dank fürs Zuschauen ich gehe gleich schlafen und äh hoffe dass ich gegen das Mikro komme Mann sah das scheiße aus auf der Audiospur rrrr 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 am effektivsten wäre es wenn wir das jeden zweiten Tag machen würden also so nach dem Motto vielen Dank fürs Zuschauen macht rein bis zur nächsten Folge in zwei Tagen Ciao habe ich auch effektiver Möglichkeit auf Kommentare einzugehen so jetzt aber tschüss Schnauze halten Schnauze halten Jan Schnauze sterb b